Ich muss dich mal was fragen. Ja? Willst du Kinder haben? Oh Mann, Charlie, es läuft doch so gut zwischen uns. Warum willst du alles kaputt machen? Wo willst du hin? Ich dachte, wir haben Sex. Wie soll ich Sex haben, wenn deine biologische Uhr abläuft? Hey, hier ist Charlie. Nach dem Pieps können Sie loslegen. Hallo, mein Äffchen. Ich hab gerade an dich gedacht und ich frag mich, warum wir einander so wehtun. Rose? Ich bin's. Mein Äffchen. Charlie? Ja, hör zu, ich würde dich gern was fragen. Könnte es falsch sein, eine Frau, mit der man was hat, zu fragen, ob sie Kinder haben will? Oh, Charlie. Es lief doch so gut zwischen uns. Warum willst du alles kaputt machen?